Musik Herzlich Willkommen zu diesem neuen Tutorial von Entwicklerpages. Ich bin Nico und ich will euch heute zeigen, wie ihr nur mithilfe von iTunes Klingeltöne für euer iPhone, iPad oder iPod Touch erstellen könnt. iPad und iPod Touch, deswegen, weil man kann das auch als FaceTime oder auch als Klingelton für den Wecker einstellen. Deswegen, falls es hier jetzt ein paar Verwunderungen gibt, bei iPhone ganz klar, wenn man angerufen wird, möchten die meisten natürlich ihren eigenen Klingelton haben. Und da gab es natürlich auch ganz viele Leute, die es sich interessiert hat, die es aber nicht selbst hinbekommen haben. Und deswegen möchte ich in diesem Video zeigen, wie das geht. Wie die meisten sicher schon bemerken, bin ich auf einem Mac. Das heißt, ich kann nicht so gut zeigen, wie es unter Windows geht. Aus dem Grund werde ich immer, wenn es Unterschiede gibt, kleine Windows-Aufnahmen einblenden. Das wären natürlich kurze Abschnitte nur. Das müsste ich in einer virtuellen Maschine machen, deswegen, da habe ich kein iTunes, deswegen. Aber das sind auch Sachen, das sind Kleinigkeiten eigentlich. Das ist eigentlich nur eine einzige Sache. Da werde ich das zeigen. Also, ihr könnt alles auch auf Windows machen. Die Schritte sind gleich. iTunes ist hier identisch. Ich öffne es mal. So, so sieht es aus. Wie gesagt, die neueste Version von iTunes, habe ich auch gar nicht gesagt, aber ist in Ordnung. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ich habe mir hier von Kevin MacLeod, das ist auch unser Abspann davon, das ist kostenlos, auch eine gute Sammlung, kann ich auch nur empfehlen. Link ist sowieso in der Beschreibung. Da habe ich mir mal hier einen ausgesucht von meiner Liste, MTA, und davon möchte ich jetzt ein Klingelton erstellen. Gut. Wie gehe ich vor? Als erstes gehe ich auf Information, mit Rechtsklick. Dann ist manerweise in der Übersicht, dann gehe ich auf Optionen, und dann wähle ich den Start- und den Stoppunkt. Das ist wichtig, damit ihr nur einen kleinen Abschnitt des kompletten Deals reinbekommt. Und vor allem gibt es eine Beschränkung von Apple, dass ein Klingelton maximal 30 Sekunden lang sein darf. Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Startpunkt bei 0, Stoppen bei 0,30. Also wirklich nur die ersten 30 Sekunden. Einerfalls könnt ihr hier oben die Punkte raussuchen. Das geht hier jetzt irgendwie gerade nicht, weil man iTunes nicht unbedingt das macht, was es soll. Klicke ich hier einen Punkt an. Ich spiele es mal hier überhaupt ab, dann hört ihr mal, was MTA ist. Gut, klingt nett. Wenn ich jetzt hierhin springe und weiter starte, springt er seltsamerweise zum nächsten Lied. Deswegen kann ich euch jetzt hier nicht zeigen, wie man es am besten machen sollte mit dem Aussuchen der Punkte. Ich hoffe, das wird bei euch nicht so sein, und das ist nur ein kleiner Fehler bei mir. Andernfalls wird es von Apple sicher bald ein Update wieder rauskommen. Rausbringen. Gut, aber das ist jetzt auch für unser Tutorial hier gar nicht wichtig. Gut, als nächstes müssen wir das Ganze in eine AAC-Datei konvertieren, damit das als Klingelton akzeptiert wird. Das machen wir mit Hilfe eines Rechtsklicks auf unser Lied und dann auf AAC-Version erstellen. Dann gibt es einen schönen Sound und das Ganze ist konvertiert. Da hier in einer Playlist drin ist, erscheint es hier nicht. Deswegen gehe ich in meine Hauptmediathek. Gut, jetzt wird es hier wahrscheinlich einiges ausgelendet sein, also so ziemlich alles. Ihr könnt einfach an die Stelle gehen, wo das euer Lied ist, in den meisten Fällen wird es direkter unter sein. Ihr müsst darauf achten bei der Dauer, dass es nicht die normale Dauer eures Liedes ist, sondern nur die Dauer, die ihr selbst ausgewählt habt. Ich habe hier 30 Sekunden ausgewählt, deswegen ist es hier halt auch 30 Sekunden. Darauf müsst ihr halt achten, es darf auf keinen Fall mehr als 30 Sekunden sein, das kann ich nicht oft genug erwähnen. Gut, jetzt können wir das iTunes-Fenster klarer ziehen und die Datei einfach auf unseren Desktop ziehen. Gut, jetzt beginnt auch schon der einzige Unterschied zwischen Windows und Mac. Bei Mac solltet ihr jetzt als erstes, falls ihr es noch nicht getan habt, auf Einstellungen gehen, dann auf Erweitert, alle Dateinamens-Suffixe einblenden. Das ist deswegen wichtig, damit ihr diese Punkt-M4A-Enderung seht. Normalerweise wird die nämlich ausgeblendet. Das gleiche auch auf Windows, da läuft das Ganze nur ein bisschen anders, deswegen werde ich jetzt hier einen kleinen Cut machen und dann seht ihr danach, wie es auf Windows geht. So, willkommen im Cut, im Windows-System. Hier möchte ich euch nur mal kurz zeigen, wie ihr auf Windows die Dateierweiterung anzeigen könnt. Das habe ich ja eben auf Mac schon gezeigt. Nun ist Windows dran. Wir sehen hier einen Ordner, bei dem zwei Dateien drin sind. Ich habe jetzt hier nicht unsere Klingelton-Datei, sondern einfach nur irgendwelche beliebigen Dateien. Um zu zeigen, wie sie normal aussehen. Hier einfach so, wir sehen den Dateinamen, mehr nicht. Nun müssen wir allerdings eine gewisse, die Extension dahinter, also die sogenannte Erweiterung dahinter, verändern. Und die müssen wir natürlich erstmal anzeigen lassen, sonst können wir die auch nicht bearbeiten. Wenn ich hier zeige, umbenennen, kann ich nur Test ransetzen. Wenn ich jetzt hier Test.m4r ransetzen würde, was wir gleich machen werden, kann ich es ein bisschen vorausgreifen. Würde es noch nicht bringen, es ist immer noch ein Textdokument. Jetzt seht ihr natürlich gar nichts. Und damit diese Dateierweiterung angezeigt wird, müssen wir zuerst einmal auf Organisieren, zumindest unter Windows 7 gehen. Bei anderen könnte es, glaube ich, bei Ansicht sein. Glaube ich zumindest, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ordneroption könnte das... Genau, Ordneroption geht auch. Also entweder Organisieren, Ordner- und Suchoption, oder über... Das war jetzt Ansicht, nicht? Genau, Ordner... Über Extras, Entschuldigung. Über Extras, Ordneroption, das geht auch. Also das wird bei den meisten, bei Windows 7 ist noch dieses Organisieren da. Darüber kommt ihr dann in diesen Ordneroption-Dialog rein. Und jetzt könnt ihr hier auf Ansicht gehen. Und dann auf... Müsst ihr mich schon nur suchen. Erweiterung bekannter Datentypen ausblenden. Das Häkchen hier vorne müsst ihr wegmachen. Übernehmen. Okay. Und jetzt sehen wir hier nämlich, leer.bmp und test.txt. In unserem Fall wäre es eine .m4a-Datei, die wir gleich in der .m4r-Datei umbenennen werden, wie ihr gleich sehen werdet. Gut. Ich würde sagen, der Cut ist gelungen. Und... Zurück zum richtigen Video. Damit ist auch der Cut schon wieder zu Ende. Ich frage mich, wie er wird. Ich habe es nämlich jetzt noch nicht gemacht. Ähm, gut. Wenn ihr es jetzt gemacht habt, egal ob ihr jetzt auf Windows oder auf Mac, müsst ihr die Datei umbenennen. Und zwar rechtsklick, Informationen auf Mac, beziehungsweise auf Windows reicht es, hier auf Umbenennen zu gehen. Ich mache das meistens bei Mac mit Alt draufklicken, wenn sie ausgewählt ist. Dann kann man es danach bearbeiten. Und jetzt müsst ihr auf achten, ihr dürft nämlich nicht den Namen, oder könnt den Namen gerne vorne ändern. Müsst ihr aber gar nicht. Es reicht das zu ändern, was hinter dem Punkt hier steht. Der kleine Punkt. Und zwar heißt die Datei jetzt gerade mta, das ist der Name des Liedes, Punkt m4a. Das ist jetzt nur ein Zufall, dass es ähnlich klingt. Und diese Punkt m4a sagt iTunes, dass es sich um eine gewöhnliche Audio-Datei ändert. Und deswegen müsst ihr es umbenennen. Und zwar in m4r. Das heißt, ihr tauscht den letzten Buchstaben, das a durch ein r aus. Ihr werdet wahrscheinlich danach von Windows oder Mac gefragt, ob man das wirklich machen möchte. Das bestätigt ihr dann. Und dann könnt ihr das Ganze auch schon wieder in iTunes importieren. Das ist leider meiner Meinung nach nicht so schön geworden ist. Ach ja, bevor wir es importieren, müssen wir zuerst noch eine Kleinigkeit machen. Oder sollten wir machen. Wir sollten die AAC-Datei, die wir erstellt haben, vorher löschen. Das war wirklich auch die Datei löschen hier. Nicht die Normalversion, sondern nur die 30-Sekunden-Version, die wir eben erstellt haben, damit es da keine Komplikationen gibt. Gut. Und dann können wir es importieren über... Bei Windows geht es, glaube ich, direkt über das Dateimenü oder über iTunes. Ne, gar nicht. Bei Windows ist, glaube ich, hier so ein komisches Symbol, über das das geht. Bei Mac geht es über Ablage und dann zu Mediathek hinzufügen. Halt wie ganz normale Lieder auch. Schreibtisch, da haben wir mta.mvr. Öffnen. Und hier wird automatisch in dieses Menü Töne reingesetzt. Genau. Jetzt haben wir einen Klingeltöne, aber den können wir natürlich noch nicht verwenden. Deswegen verbinde ich jetzt hier mal meinen iPod Touch mit dem Mac. Beziehungsweise ihr euer iPhone oder was auch immer ihr habt. So. Jetzt knistert das vielleicht ein bisschen. Weiß ich nicht, ob man das hört in der Aufnahme. Wahrscheinlich nicht. Hoffentlich nicht. Gut. Gleich kommt wahrscheinlich eine Nachricht, weil mein iPod ein Update bräuchte, mal langsam. Denn ich bin immer noch auf Version 5.1. Das ist vollkommen egal, aber wenn ihr jetzt hier neueren habt oder vielleicht sogar noch älteren. Okay, noch älter weiß ich jetzt nicht, ob es geht, aber sollte eigentlich. Ich bin hier noch, wie ihr seht, auf iOS 1.5, Bildversion, was weiß ich. Das liegt daran, weil ich damit nur Musik höre und das auch nur relativ selten. Deswegen brauche ich jetzt ehrlich gesagt noch kein Update. Gut, und jetzt haben wir nämlich hier ein zusätzliches Menü, Töne. Weil wir ja hier jetzt, ja, schön, weil wir hier jetzt das Menü Töne haben, haben wir jetzt beim iPod ebenfalls das Menü Töne. Auf dem können wir dann raufgehen und Töne synchronisieren. Am besten ausgewählte Töne, falls ihr mal irgendwann mehr haben solltet. Dann könnt ihr das hier auswählen und dann einfach, wie ihr es schon von Liedern kennt, auf Anwenden klicken. Mache ich jetzt hier nicht, weil erst einmal will ich das gar nicht als Klingelton haben. Zweitens ist dieser iPod eigentlich mit einem anderen Mac verbunden und ich bin jetzt sicher, äh, nicht sicher, ob es dann alles hier löscht oder... Früher war es so. Ich glaube, das haben sie jetzt ein bisschen verbessert. Ich will das Risiko aber nicht eingehen. Gut. Ich hoffe, ich habe verständlich genug gesprochen und nicht schnell genug. Und das konnte euch helfen. Schreibt in die Kommentare, ob ich das Ganze nochmal vielleicht komplett auf Windows aufnehmen sollte oder... Wobei das leider ein bisschen problematisch ist. Sagt, wie ihr das gefunden habt und... Ja. Viel Spaß im Internet noch. So. Zum Abschluss möchte ich euch noch zeigen, wie ihr euren selbst erstellten Klingelton auf eurem iPhone installieren könnt. Beziehungsweise auswählen könnt. Gut. Zuerst geht ihr in eure Einstellungen hinein. Gut. In dieser Liste sucht ihr nach dem Menübereich Töne, hier unten zu sehen. In dieser Kategorie könnt ihr jetzt auswählen, welchen Klingelton ihr ändern möchtet. Zum Beispiel stehen hier auch Signale für neue E-Mails oder Ereignisse, Kalenderhinweise zur Verfügung. Wir wollen natürlich jetzt hier nur den normalen Telefon-Klingelton ändern, deswegen gehen wir auf das oberste Klingelton. Hier gut zu sehen. Und hier können wir dann unseren eigenen Eintrag auswählen. Der ist direkt unter Klingeltöne und wird von den normalen Standard-Sound mit einem etwas dickeren Balken getrennt. Hier haben wir unseren MTA, was wir selbst zusammengeschnitten haben, auch schon ausgewählt. Ja. Ein normaler Tipp reicht und schon wenn das Häkchen rechts ist, ja, da werdet ihr auch nur mit diesem Ton mitten um 24 Uhr nachts geweckt oder wann auch immer ihr angerufen werdet. Gut. Soviel nochmal zum Installieren. Soviel nochmal zum Installieren. Soviel nochmal zum Installieren.